Die City Cobra Wäre es vermeidbar gewesen, den Mann zu erschießen? Ich habe getan, was getan werden musste. Die City Cobra Nach den Wilderfolgen von Rocky und Rambo Stallones neuer Action-Hit von Rambo 2-Regisseur George Pan Cosmetos mit Brigitte Nielsen. Die City Cobra Die City Cobra Die City Cobra Sie haben das Recht zu schweigen. Stallone Die City Cobra Die City Cobra Die City Cobra